hallo und herzlich willkommen zurück zu eurer täglichen portion wahnsinn bei virginia wir haben in der letzten nacht ja etwas zu tief ins glas geschaut und haben ordentlich mit maria eingesoffen und ja ich weiß nicht wo wir sind haben wir die nacht mit ihr verbracht wir werden es herausfinden hier ist auf jeden fall die tür offen und keine ahnung wo es da geht hier können wir nicht lang so wie es aussieht wir sind eingesperrt was hat maria mit uns gemacht wie romantisch ist es noch geworden alles das werden wir herausfinden aber ich glaube es könnte düster werden so wie rein da können wir rein okay da sind schuhe bett föhn ganz viele kartons auch was ist denn hier passiert und wer wohnt hier das ist eine sehr komische wohnung gehen wir hier rein hier ist gar nix krankenbett fühlt sich warm an als hätte da jemand gerade drin gelegen alles klärchen so können wir was machen kommen erzähl mir nix dieser der teppich ist nicht umsatz umgeknickt egal können wir aus dem fetter springen ne auch nicht können der geschichte kein ende setzen schrank versteckt sie da ist monster drin auch nicht und sogar treppenlöw geil luxus pur wo sind wir hier hallo na alles fresh mit wem wohnst du denn hier ist alles behindertengerecht wie ist die toilette kann ich nicht interagieren schade maria du hast keine behinderung also du wurdest dich alleine hier nehme ich an hey was geht ab willst du mich töten ich hoffe nicht jetzt gedacht war sehr schön mit dir oder das ist aber leckere steht mal jeder auf dem pullover drauf das kann ich nicht lesen weiß es nicht maria macht da irgendwas komisches mit den eiern sieht nicht sehr gesund aus wir setzen uns hin und früh schicken oh das sieht aber lecker aus mhm oh toll hau mir mal das ei rauf ach die the academy oh ich krieg die zwei eier oh du bist die beste ich kann halt auch was vertragen ne ich muss ein bisschen stärker werden damit ich besser beim fbi bin ja ne besteck danke oh da ist die kiste wo sind das tote vögelchen hin ok schnitt in der dunkelkammer legt das foto rein bin gespannt was drauf ist hier kennen rein gar nichts hey jetzt müssen wir das ist wasser tun damit der entwickler glaube ich abgeht hier können wir noch nichts ach das ist das behinderten wwc alles klärchen oder das war der fixierer das könnte natürlich auch sein ich sehe da nicht durch so okay das sind hände die in ketten gehüllt sind so wie es aussieht oder toll bild ist weg geil man kann sich das ganze zwei sekunden angucken kann ich ins klo werfen nein kann ich nicht ria was sagst du dazu das sieht auch komisch aus ne ne bin ich nicht was ist das umarmen sich da zwei leute bist du das was hast du damit zu tun okay anscheinend gar nix dann lasst du ihn frei so coole sache ne das war's ey einfach ein schnitt auf den verhörer und wir befreien ihn und können gehen ich hab keine ahnung haben wir ihn überhaupt festgenommen wieso war er denn nach wer weiß du bist auf jeden fall frei oh 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 sie hat mich mal hier gescheuert tja hast wohl deine frau nicht im griff war so sieht aus dass wieder inspektor drei wetter taft sowieso aussieht können wir hier rausgehen nein natürlich nicht ich glaube wir müssen hier rein hallo da hat die nervige schon wieder ihr erster tag bzw ihre erste woche und schon nervt sie ihn da darf ich reinkommen ne schade ja jetzt schon sind wir wieder weg kaffee trinken ihr wisst was das heißt lecker das tessi entschlürfen oder nicht ja was hast du denn jetzt für ein einfall alles klar so lass doch mal lesen oder auch nicht oder auch nicht können wir irgendwas machen ach naja wieso sollte ich es versuchen zu lesen die gute maria ist schon da oh frühstück zweites frühstück mittag essen ist immer gut was hast du leckeres mitgebracht oh die sauer auf mich was ist denn los mit dieser frau ist die so grantig ist zu mir ich bin ganz lieb immer guten schluck mhm lecker oh danke für das sandwich oh das sieht sehr kantig und eckig aus oh lecker mhm das beste sandwich was ich je gegessen habe ich krieg nicht mal ein lächel ok drei große militärkw ja sollten wir da hinterher fahren nö alles klar wie ob sie ach da hinten ist die die sternwarte was ist er denn ich sehe ich nicht mehr durch ach das interessiert dich das interessiert das ganze das halbe militär des landes kommt das juckt ich gar nicht aber kommt kommt hier so ein äh lastwagen mit sirenen drauf und was weiß ich nicht alles da fährst du hinterher da fährst du hinterher die kriegt doch wieder aufs gesicht fb lassen sie mich durch ich würde auch gern was machen ich darf aber nicht stattdessen stehen wir an der tankstelle holy fuck also wird das der job beim fbi ist für anfänger ne ich hab groß mahlzeit und nicht mehr machen darfst als das was ist das denn was willst du denn mit dem kleinen bison lebt das oder ist das ne statue oder ein stofftier ist ne akte rausgefallen mädchen pack sie doch einfach wieder rein oh fuck das ist ihre akte oh scheiße jetzt weiß ich nicht bescheid dass wir nachforschung betreiben oh sie ist enttäuschert uns maria bleib doch hier nein das war nicht böse gemeint darf ich mitkommen ach sie hat mir doch so ein stofftier aus dem greifautomaten raus gezogen oder was auch geil toll maria sauer auf uns geht's noch schlechter ich weiß es nicht die musik ist komisch leute bisschen spooky natürlich wir gehen runter zu maria wieso darf ich denn jetzt ich wollte schon sagen ganz bis nach unten gehen wieso darf ich denn jetzt maria bist du böse auf mich wenn wenn du nicht böse bist dann sag gar nichts ok ich nehme das als ja toll toll so viel spieler hier so viel spieler hier oh leute danke 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 wo will sie dieses spiel mit mir hin oh was geht denn jetzt hä sind wir in der kneipe ja das ist maria und schon stehen wir wieder auf what what doppel what was passiert hier das ist mein vogel schon ist er weg toll oh je freitag ja jetzt trinken wir unser käffin ganz alleine so wie es aussieht haha das stofftier ey stimmt dieser schlüssel für wen war der denn keine ahnung ja und wir jetzt hier so backflash sequenzen oder ja los 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 Alles klar. Okay, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Gut, liebe Leute, das soll aber auch das Ende dieser Folge sein. In der nächsten Episode gucken wir, dass wir hier... Ja, keine Ahnung, was machen. Ich denke mal, wir werden ihre Kette suchen, um uns wieder bei ihr einzuschleimen. Aber was wir genau machen werden, würde ich sagen, sehen wir, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Virginia.